Hallo und herzlich willkommen zurück zu den E-Car Review News. Mein Name ist Marin und es freut mich, dass du wieder dabei bist. Wenn du neu hier bist, lass gerne ein Abo da, dann verpasst du nichts mehr. Und wir reden heute über den BYD Seal und das Tesla Model 3. Über den BYD Dolphin und die Preispolitik und diese Preisspanne hatten wir bereits berichtet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo wird der BYD Seal am Ende rauskommen? Und wenn man den BYD Dolphin schon in dieser Preiskategorie hat, dann kann man davon ausgehen, dass es nicht unter 40.000 Euro sein wird. Und ob das dann wirklich vom Preis her zumindest eine Konkurrenz zum Tesla Model 3 wird, das ist natürlich die offene Frage. Viele Leute warten ja auf diesen BYD Seal, weil sie sagen, endlich mal eine Konkurrenz zu einem Tesla Model 3. Aber das müssen wir uns jetzt mal im Detail anschauen, denn was kann dieser BYD überhaupt bieten? Dieser BYD Seal soll ja mehrere Batteriepakete haben, hat ja auch eine Blade-Batterie. Und das schauen wir uns nämlich jetzt mal im Detail an, denn uninteressant ist das Auto nicht. Die Frage ist nur, ob der Preis fair sein wird. Und da starten wir mal gleich rein. Erstens haben wir hier einmal Plattform 3.0. Wir haben 800 Volt Technik. Wir haben eine Blade-Batterie, was ja schon mal nicht schlecht ist, weil das bedeutet eine höhere Energiedichte. Und es ist auch so, dass man hier mit mehreren Batteriepaketen arbeitet, und zwar einmal einer 66,44 kWh Batterie. Und dann haben wir natürlich in der Long-Range- und Performance-Variante die 82,56 kWh. Wichtig immer, wenn es um die WLTP-Reichweite geht, dass ihr immer bedenken müsst, dass wenn Chinesen etwas angeben, dann geht es mit der CLTC-Reichweite. Und diese liegt hier bei 550 in der niedrigsten Variante. Ihr könnt davon ausgehen, dass das am Ende bei den 491 rauskommt, wenn es um WLTP geht. Denn die chinesischen Maßstäbe sind immer etwas positiver gerechnet. Das Auto ist bei 4,80 Meter Länge, 1,88 Meter breit und hat eine Höhe von 1,46 Metern. Und jetzt kommt der spannende Teil. 30.770 Euro. Das ist der Preis in China. Aber erinnert euch, der Dauphin wird dort ja auch für einen Preis unter 20.000 Euro angeboten. Und wenn jetzt also der BYDC nach Europa kommt, stellt sich die Frage, mit was kann jetzt BYDC überzeugen? Und mit dem Design, viele lieben ja BYD. Auf der anderen Seite gibt es auch viele, die sagen, sie möchten nicht so viele Knöpfe. Das hat jetzt BYD noch in diesem BYD-Seal drin. Und da werden sich natürlich verschiedene Leute, verschiedene Argumente zurechtlegen. Und sicherlich wird es viele Leute geben, die den BYD-Seal kaufen, weil sie partout kein Tesla kaufen möchten. Und das ist ja auch vollkommen fein. Die Frage ist nur, wenn es rein um das Gesamtpaket geht, ob man hier von der Software, vom Design, von dem, was man geboten bekommt von BYD im Vergleich zu Tesla, tatsächlich ein besseres Paket anbietet. Und dann schauen wir uns mal die aktuellen Preise an. Denn wir liegen jetzt seit heute bei 42.000 Euro. Nur als Erinnerung, der Preis des Model 3 mit dem Hinterradantrieb war schon mal bei unter 40.000 Euro. Das ist schon ein bisschen her. Vielleicht haben es viele auch schon wieder vergessen. Aber der lag mal bei 39.900 Euro. Und da ist noch ein bisschen Spielraum. Des Weiteren gibt es ja viele, die jetzt derzeit auf den Refresh warten. Und somit sind diese Preisänderungen kein Wunder. Hier habe ich noch mal einen Überblick gemacht, damit man auch mal ein Gefühl bekommt, in welchen Markt geht hier eigentlich BYD rein. Und in Deutschland kann man jetzt also ein Model 3 in der Long-Range-Variante für 51.000 Euro bekommen. Und die Standard-Variante, wie gesagt, für 42.000 Euro. Da sind also jetzt noch mal 4,55 Prozent weniger. Aber wenn man in den europäischen Markt geht, dann ist es ja nicht nur Deutschland, über die man reden muss. In den Niederlanden bekommt man den gleichen Preis. Und in Norwegen hat es unter anderem auch mit der schlechten Krone und der Umrechnung zu tun. Da wurde der Preis tatsächlich in einer Kategorie angehoben wohl. Das haben mir Norweger mitgeteilt. Also wir sehen, es wird weitere Preissenkungen geben. Ich bin 100 Prozent überzeugt, vor allem mit einem Refresh von Tesla in diesem Jahr und dann den Kostenreduzierungen, die sie dadurch auch wieder erzielen können, ist es möglich, dass wir ein Model 3 sogar unter 40.000 Euro sehen werden. Und wenn wir sehen, in Spanien sind wir schon bei 40.000 Euro, in Portugal bei 40.000 Euro, in Italien 41,5. Und ihr seht, da sind schon viele Modelle in verschiedenen Ländern jetzt auf dem Weg in Richtung 40.000. Und da kommt jetzt das Problem für BYD, denn wenn der BYD Dauphin hier mit einer Reichweite, einer Einstiegsvariante eines Tesla Model 3 mit 38.000 Euro kommt, dann haben wir hier wirklich ein Problem für BYD, weil die Differenz, die ist ja gar nicht mehr signifikant. Wieder zur deutschen Variante mit fast 4.000 Euro Unterschied, aber dann wirklich ein Model 3 und nicht ein Elektro-Kleinwagen. Da wird sich BYD jetzt zeigen müssen mit dem Preis des BYD Seal und der Markt, wenn man sich den gesamten Weltmarkt anschaut, der ist natürlich in Asien der größte und China ist der größte Automarkt der Welt. Da kann man sich das noch leisten, entsprechend für 30.000 Euro lokal produziert den BYD Seal anzubieten. Und solange BYD keine lokalen Fabriken her hat und den Kostenvorteil hat, dann wird natürlich ein höherer Preis auf den Markt kommen. Und lass mich gerne mal wissen, was du dazu denkst. Jeder hat natürlich seine andere Position. Manche möchten überhaupt gar kein Tesla fahren. Da gibt es ja auch viele Dinge, die Leute bemängeln und deswegen sagen, ich gehe jetzt eher zu VW oder ich gehe zu BYD. Aber die Frage ist natürlich, was ist das Gesamtpaket? Und wenn jetzt der BYD Seal tatsächlich mit, sagen wir mal, 41.000, 42.000 Euro kommt und man die Autos nebeneinander stellen würde, welches Auto würdest du jetzt kaufen? Und wenn wir jetzt mal hier schauen, wir haben das Tesla Model 3. Wie ich bereits auch schon mal auf meinem Tesla-Kanal berichtet habe, ist es so, dass das Tesla Model 3 von den Verkäufen in diesem Moment wirklich ein Problem hat. Und erstens wissen viele darüber, dass es ein offenes Geheimnis ist, dass es ein Update gibt. Dann wird es in dem Update auch eine neue Kamera geben, die vielleicht dann auch die Probleme löst, die wir derzeit noch mit dem Parken haben. Die Armatur wird sich wahrscheinlich ändern. Es wird ein neues Design vorne geben, was ein bisschen sportlicher aussieht. Also da kommt dann Tesla jetzt mit einem neuen Modell im Laufe des Jahres, wahrscheinlich drittes Quartal. Und wenn dann also der BYD Seal auf den Markt in Europa kommt, dann hat man also den Hype um ein Refresh. Wie groß es da am Ende sein wird und so, wie viel sich ändert, das ist natürlich noch eine offene Frage. Und dadurch sollen natürlich die Verkäufe wieder gepusht werden. Und auf der anderen Seite kommt natürlich der BYD Seal nach Europa, als erstes in Schweden und dann entsprechend in Deutschland. Und dann muss man sich natürlich mit den größten Elektroautoanbietern hier in Deutschland und in Europa rumschlagen, auf gut Deutsch gesagt. Und wir haben hier einmal Volkswagen und Tesla, die haben die größten Anteile in Europa. Die anderen 43 Prozent, die übrigens oben fehlen, das sind dann alles die anderen Marken, die entsprechend ein kleineres Volumen haben. Das ist jetzt nur das größte Volumen, was wir hier sehen. Und da kann man festhalten, dass tatsächlich BYD noch viel Spielraum hat, hier auf den europäischen Markt zu gehen. Aber die große Party, von der man gesprochen hat, mit absoluten Dumpingpreisen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und deswegen wird es natürlich sehr, sehr interessant sein, wie der Kunde darauf reagiert. Und du wirst vielleicht ja auch ein potenzieller Kunde sein. Und deswegen lass mich gerne mal wissen, was du zu diesem ganzen Thema denkst und was du dir kaufen würdest. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Und einen schönen Tag wünsche ich dir. Bis dann. Tschüss.